Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Tom Clancy's The Division. Ihr wisst, was jetzt Sache ist hier, ne? Tageseinsatz ist am Start. Tageseinsatz ist hier. Die sind da oben. Komme ich da irgendwie hoch? Warte mal, lass mal eben gucken, ob ich hier hochkomme. Also ich glaube von der Seite jetzt nicht, aber dann mache ich die Jungs jetzt erstmal von hier weg. Kleines Vögelchen. Ne, mach mal so. Ach so. Das war's für heute. Ja, das ist echt gewöhnungsbedürftig mit dem Ding. Oh, krass, ne? Nehmen wir mal bitte die Dingsbums. Okay. Ich sehe denn einen Hai, ob er ja nicht. Da hinten ist auch noch einer. Ich bringe nicht mit der Dingsbums. Okay. Ist der eine Typ da oben eigentlich noch? Okay. Ich erledige ihn. Okay. Die Rika ist schon mal ausgeschaltet. Aber das mit der MP5, das ist mir echt... Kann ich das umgehen? Kann ich das ändern, dass sie durchgängig schießt? Oder ist das echt die Art der Waffe, die das halt nicht zulässt? Oh, da hinten liegt ja noch was gelbes. Achtung mal, wo liegt denn hier noch was? Ah, hier. Lass uns doch mal eben gucken gehen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob mir das gefällt, dass ich da andauernd auf die Maustaste trellern muss, ne? Also finde ich irgendwie nicht so, für mich persönlich jetzt nicht so cool. Aber vielleicht kann man das ja... Aber ich glaube aber nicht. Das ist die Art der Waffe, gehe ich mir von aus. Aber obwohl die ja echt schönen Schaden macht, ne? Ich glaube, ich spiele da einfach nochmal ein bisschen mit rum. Vielleicht brauche ich da einfach nur ein bisschen Zeit, um mich da dran zu gewöhnen. Und um meinen Finger hier so ein bisschen zu trainieren. Die Antenne erreichen. Okay. Das Dach hätte ich dann auch schon mal fast erreicht. Hier liegen sie alle rum. Krass. Oh, wow. Geil. Du kleiner Kackstift, ey. Okay, da ist aber doch noch einer. Ach, da hinten. Hallöchen. Na, komm her. Danke. Gut, ich kann dann hier rüber so, ne? Ja. Ein Holster. Autorität des Taktikers. Und sie hatte auch noch was für mich. Ach, guck mal einer an. Da kommen ja noch mehr. Mal gucken, wo kommen die denn her? Wie, schools. I don't know. Oh, the school. Constantly. Wir müssen sie nur da raussprengen. Die? Ja. Okay, cool. Dann haben wir hier nochmal eben kurz nach. Oh, da kommen noch welche. Das ist jetzt hier natürlich eine echt bescheuerte Position, die ich hier gerade habe, ne? Geh raus, Mann! Komm, 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 komm! Geh in die Deckung! Geh in die Deckung! Der, dahinten fällt mir noch. Komm, zeig mir deinen Kopf. Gut, danke schön. Kommen da jetzt noch mehr? Halt mal, warte. Da lag ja noch was. Sollte ich vielleicht auch mitnehmen? Eine Pudelmütze, wie geil! Hier hinten licht noch was. Hier ist ein Kistchen. Da hinten sind welche. Ich sehe was, das ihr nicht seht und mit im Arsch anfängt. Yo, Wreckers! Wir haben noch mehr Uniformen in unserem Revier. Alle, die das hören! Alle, die die Leuchtwackeln sehen! Auf die Dächer! Es geht rund! Auf die Dächer! Das ist ein grüner. Äh, Seil loslassen, bitte. Und dann gehen wir bitte runter. Ja, grübchen, hast du zu spät gesehen, wa? Habe ich tatsächlich zu spät gesehen? Okay, dann geh mal hoch da. Warnung! Feinde im Anmarsch! Feinde! Die ruhigste Hand habe ich ja nur auch nicht, ne? Äh, naja gut, ihr habt's ja so gewollt. Da hab ich alles nachgeladen. Hast du Spaß mit meinen Jungs? Und es kommen noch mehr! Jetzt rief ich wieder auf! Geht da, Jungs! Geht da, Jungs! Gehen wir auseinander! Wer hat's mit Granate? Achtung! Achtung! Ich nehm dir aus, Heidlöcke! Kommen da noch mehr? Hm, da oben muss ich hin, aber jetzt renne ich wieder ins, ins Dings. Hier piept da noch einer. Ach, da drin war der. Mhm. So, so. Wo ist der andere? Egal. Geh mal hoch. Hier solltet ihr besser abdrucken! Na, kommt der? Wo kommt der denn? Wo geht der denn hin? Hm. Hätten kommt da noch einer an. Ne? 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 Ja komm mal raus. Und da kommen doch jetzt wahrscheinlich dann noch irgendwann mal richtig dicke Menschen, ne? Oder? Richtig dicke Menschen kommen ja jetzt noch. Oh, hier ist noch was. Laptop benutzen. Sieht aus wie der Versuch einer Triangulation. Zu viel des Guten aber. Nichts gegen hohe Ansprüche. Okay. Haben wir hier hinten dann, ich glaube hier hinten kommen noch mal ganz, ganz viele so, ne? Gleich. Die Tasche kann ich nichts mitmachen. Danke. Vielen Dank. Wirklich. Sind die anderen tot? Mh, ja. Viele davon, mein Freund. Viele davon. So, ähm. Meine Ausweisung ist noch ein. Gott sei Dank. Dachkommunikationsrelais. Hallo, hat mich jemand? Hier ist John Rhys. Ach, scheiße, was mache ich hier? Wir müssen hier raus. Rhys, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne. Und sie wurden außer Kur, um sie klarzumachen. Verstanden? Ja, verstanden. Aber das sind Monster, die töten... John, John. Atmen Sie tief durch. Und packen Sie sich an den Eiern. Ja. Und dann bringen Sie das zu Ende. Okay. Okay. Sonst mache ich das für dich. Also, nicht an die Eier packen, aber das zu Ende bringen. Komm mal. Die Guten mal hier beschützen. Jetzt mal eben gucken, wo die Typen herkommen. Hm. Kein Problem. Was kriege ich hin? Warnung! Feinde im Anmarsch. Hm. Ach, von da. Geben Sie mir Deckung. Die Kippen gehören uns. Das liegt noch nicht. Oh! Werden wir die Wolken. Wenden Sie die Lungen! Oh, das ist der Falsche. Oh, wow. Okay. Das war jetzt nicht so cool, Rübchen. Er hätte sich mal ein bisschen zurückziehen können, ne? Muss ich den jetzt komplett nochmal laufen? Nein. Wo war nochmal der Computer? Hatte ich den jetzt gestartet? Nochmal einmal bitte auffüllen. Okay, und dann gucke ich mir mal an, wo ich mich am besten hier verschanzen kann. Ich glaube, ich gehe von hier unten ran, wenn der so weit ist dann gleich. Ich hoffe, der kommt dann hier gleich mal hin, wenn ich... Oder muss ich in seiner Nähe sein? Hallo? Ja, ja, ich höre dich. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße, was mache ich hier? Ich... Wir müssen hier raus. Reese, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und sie wurden außer Kur, um sie klarzumachen. Verstanden? Ja, verstanden, aber... Das sind Monster, die töten uns... John, John. Atmen Sie tief durch. Und packen Sie sich an den Eiern. Genau. Und dann bringen Sie das zu Ende. Also, ich glaube, ich stelle hier am besten mein Geschütz auf. Und ich gehe da mal von hier unten hin, oder? Warnung! Feinde im Anmarsch. So. Oh, ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Kacke. Das ist nicht so geil, was hier gerade passiert. Nein, Rübchen! Geh runter! Furk! Nee, das ist jetzt... Nicht das gelbe vom Ei, was ich hier gerade abliefere. Und vor allen Dingen... Nicht das gelbe vom Ei ist auch gerade meine Scheißwaffe. Deswegen lege ich mal das andere Ding wieder an. Da komme ich dann noch etwas besser mit zurecht, meine Lieben. Dieses andauernd Gedrücke liegt mir gar nicht. Da fühle ich mich so unflexibel mit. Ihr mögt mir das verzeihen. Vor allen Dingen die Leute von euch, die mir gesagt haben, hey, du, benutzt die doch mal. Die ist cool. Die ist auf jeden Fall cool. Aber dieses Ewigkeiten-Gedrücke kann ich so gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Irgendwie momentan... Ja. Bin ich wahrscheinlich noch nicht drauf eingeschossen. Hm. Was ist denn, wenn ich nachher das Teil da oben hinstelle? Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Hier ist John Rhys. Ach, scheiße. Was mache ich hier? Ich... Wir müssen hier raus. Wir... Rhys, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und sie wurden außer Kur, um sie klar zu machen. Verstanden? Ja, verstanden. Aber das sind Monster, die... John, John. Atmen Sie tief durch. Und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Genau. Ich habe noch zwei Granatskis. Das ist natürlich auch nicht viel, ne? Komm, Johnny. Das schaffst du. Geh mal rüber. Ich platziere jetzt gleich mein Ding da. Okay. Okay. Das ist einfach. Kein Problem. Das kriege ich hin. Warnung! Feinde im Anmarsch! Bereit! Okay, vielen Dank. Sehr gut. Also das Geschütz da hinten aufstellen war schon mal echt gut. Jetzt kommen die von da. Warnung, Feinde im Anmarsch. Da ist noch einer. Okay, wo kommen die anderen jetzt her? Kann ich nochmal scannen? Warnung, Feinde im Anmarsch. Von beiden Seiten. Na, perfekt. Von hinten kommt auch noch einer. Na, kommt der. Na. Boah, ey, was verwackele ich denn manchmal so? Oh, ich bin blind. Jawohl. Jawohl. Ja? Ja, du bist fertig. Ich auch. Ja, geil. Jo. Alter, geh was essen. Jo, Baby. Alle Tutti, ey. So, der Knobelbecher hat hier was verloren. Mit der Antenne interagieren muss ich noch. Äh, mit der Antenne interagieren. Da hinten wahrscheinlich, ne? Ja, ja, hier. Blöpp, blöpp, blöpp. Cool. Revolver-Heldenhandschuhe. Okay. Hier hinten liegt noch was. Ich hab' wieder einen. Oh, Zeichen des Predators Maske. Da guck' ich doch mal eben schnell. Ähm. Meine hat Fertigkeitenstärke 12 Tötungsep. Und die hat... Kritische Treffer-Chance und Schaden gegen Elite. Ist sie das auch oder ist die das? 2, 6. Fertigkeitenstärke Tötungsep. Kritische Treffer-Chance. Könnte ich eigentlich mal ummodeln, oder? Dann hab' ich hier Fertigkeitenstärke. Extra Tötungsep. Kritische Treffer-Chance. Wie war das denn nochmal? Moment mal eben. Für die Maske müssen wir mal eben gucken. Krit-Chance. 3 bis 4. Sollte ich auf jeden Fall nehmen. Und dann Damage versus Elite. Dann sollte ich die hier auf jeden Fall mal anziehen, wa? Wartet mal. Da geht zwar meinen Fertigkeitenstärke Elektronik war drunter, aber... Dann zieh' ich die nämlich mal an. Äh, nee, zieh' ich die mal an. Modde die mal. Und die hat auch einen... Ah, die ist noch in einem anderen Set drin, die 836er... Äh, die 876er. Okay, modde die mal. Und dann gib mal rein. Schaden gegen Elite. Elektronik-Mod. Ressourcengewinn. Fertigkeitenstärke. Das könnte ich, glaube ich, mal ein bisschen hochbringen hier. Bring ich die mal rein. Die ist zwar besser, die könnte ich auch umwürfeln eigentlich, aber... Hm, weiß ich nicht. Also ich glaube, hier Krit-Chance und so, finde ich gar nicht mal so ungeil. Jetzt ist mein, ähm, Fertigkeiten-Ding zwar runtergegangen, aber... Pfff. Müssen wir mal gucken. Dafür die Gesundheit und so weiter ist hochgegangen. Was haben wir hier gekriegt? Operatorweste. Das kann... Das Schockpaket kann weg. Der kann auch weg. Aber wir haben noch einen, ähm, Einsatzbehälter. Mal gucken, was da drin ist. Eine G36 und Maske des Stürmers. Das ist ein Sturmgewehr. Das Sturmgewehr ist allerdings schlechter als meine AK-47. Da ist die 23 gegnerischer Rüstungsschaden und die hat 20 und nur 19,6 K. Ja, die werde ich auf jeden Fall einmal schrotten, weil die brauche ich nicht. Ähm, okay, cool. Super. Und dann haben wir hier noch Apparatormaske. Okidoki. Ja, meine Lieben. Ähm, nee, ich habe irgendwas vergessen. Moment. Wo war denn hier noch ein Ausrufezeichen? Ach, hier war noch ein Ausrufezeichen. Ja. Dann würde ich sagen, begebe ich mich mal in unsere, ähm, in unsere Städte. Warte mal. Okay, wir können hier runter. Super. Da war ich eh voll. Gut, dann verabschiedige ich, äh, verabschiedige. Mhm, ich verabschiedige mich heute. Pfff, für heute von euch. Duh. Und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier weiter durch die Lande ziehe und, ähm, muss mal gucken. Ich habe ja jetzt zwei Tageseinsätze auf, ähm, schwer gemacht. Ich habe gedacht, ob ich vielleicht noch einen dritten mache, weil... Sprengstoffkills. Äh, Wochenauftrag habe ich... Ja, noch nicht wirklich viel. Äh, Tageseinsätze. Dachkommunikationsreliquenz, Tunnellager und Lincoln Tunnel Checkpoint. Auf herausfordernd, auf schwer. Uh. Okay, das könnte natürlich ein bisschen schwierig werden, aber ich versuche nochmal ein bisschen rum. Ne? Also ich gehe jetzt mal nach Hause eben und zwischendurch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Süßen. Bis dahin, alle Tüte. Ciao, ciao.